So Leute, wir sind auf dem Weg zur Underworld Championship von Aladdin Highlander und ich darf ein bisschen Behind-the-Scenes-Film bzw. Filmen lassen. Ich selber spiele mit The Bloon Man und werde natürlich den Sieg nach Hause bringen. Ihr wisst, ich bin für Commander-Content bekannt, dementsprechend werde ich da alle abrocken und wir haben wirklich, wirklich coole Leute, die mit uns spielen. Das ist Back to MTG, die Commander-Schmiede und Prozzeit und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir machen mal direkt eine Ausnahme, oder? So, ich spreche dich mal, also da packen wir so ein Stück, Moment, ich muss sie wieder hin. So, ich werde wieder hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020